Bereit, wenn Sie es sind. Ja gut, dann hallo, herzlich willkommen zum kleinen IPv6-Exkurs für Smart Home System Fanatica oder Freunde der italienischen Oper oder wie auch immer. Ich bin hinreißend schlecht vorbereitet, weil ich relativ kurzfristig von dem Vortrag erfahren habe. Deswegen habe ich da einen alten Foliensatz. Das macht aber nichts, das Protokoll ist noch älter als meine Folien. Es wird also im Wesentlichen passen. Der Foliensatz hat weit, weit, weit mehr Details, als ich heute besprechen werde. Vielleicht bin ich zu finster, bin ich eine sinistere Macht. Meine Präsentation ist eher ganz finster. Dann bin ich, ja, dann sieht mich keiner. Ich kann mich natürlich auch da in die Sonne stellen. Nein, nein. Da ist kein... Da fehlt ein Tick so, also so ein... Na, Isolierbandkreuz am Fußboden, damit ich weiß, wo ich stehen darf. Gut, also Ziel und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, kurz mal zu umreißen, wie viel IPv6-Wissen muss man haben, um erfolgreich und sinnvoll ein Smart Home System, insbesondere eben auf der Smart Sara Basis, aufzubauen. Deswegen werde ich da einfach durch meinen bestehenden Foliensatz durchspringen und überall dort, wo ich glaube, dass das jetzt sinnvoll ist, was darüber zu sagen, was darüber sagen. Und wenn ich dann irgendwie große Lücken lasse oder sonst irgendwie Fragen auftauchen, dann würde ich sagen, machen wir das einfach interaktiv und direkt. Ja, also ich glaube, das weiß jeder, dass das IPv4 der Vorgänger und im Moment noch der Platzhirsch ist bei den Internetprotokollen. Und das große Problem ist, dass diese Endpoint-zu-Endpoint-Kommunikation, die ursprünglich geplant war, derzeit nicht gegeben ist, weil wir eben einen Adressraum haben, der viel zu klein ist und weil dazwischen Nutboxen sitzen, die als Konzept einmal gut im Moment eigentlich mehr im Weg sind, als sonst was anderes. Ja, das sind vielleicht ein paar interessante Basics zum Rekapitulieren. 32-Bit-Adressen ergeben also 4,3 mal 10,9 IPv4-Adressen, die in relativ großen Blöcken verteilt sind. Dann habe ich da noch ein bisschen recherchiert, wo die ganzen Verteilungen sind, aber das ist jetzt alles wurscht. So, jetzt habe ich da eventuell eine Folie übersprungen. Nö, passt schon. Okay, ich sehe den Foliensatz auch, glaube ich, seit zwei Jahren oder so das erste Mal. Gut, IPv6-Adressen sind jetzt größer. Das ist gut, weil sie bieten ein bisschen mehr Platz. Man hat sich also gedacht, wir machen das ganze Ding größer. Wir machen die Adresse nicht doppelt so groß, sondern wir machen sie viermal so groß, weil, ja, weiß ich nicht, Moors Law hat uns geholfen oder was auch immer. Also, IPv6-Adressen sind jetzt 128-Bit lang. Da oben sieht man so schön, wie sie so typisch aufgeschrieben werden. Die werden also jetzt nicht mit Punkten, sondern mit Doppelpunkten getrennt geschrieben und das sind dann bis zu acht Blöcke in hexadezimaler Schreibweise. Ja, ich kann es mir nicht verkneifen, obwohl ich mittlerweile selbst zum Management gehöre. Führende Nullen können entfallen, das würde man sich im Management oft wünschen. Bei IPv6 geht das. Da sieht man, wie eine Adresse in ihrer vollen Pracht und Herrlichkeit ausschaut, wenn man sie ausschreibt. Die ist also relativ lang und es ist relativ ekel, so etwas zu schreiben und sich so etwas zu merken. Deswegen gibt es ein paar Abkürzungsregeln, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das heißt also, jeder Block, der mit einer Null, mit einer oder mehreren Nullen anfängt, dem kann man die Nullen vorne wegnehmen. Blöcke, die komplett aus Nullen bestehen, die kann man komplett rausstreichen, aber damit die Adresse eindeutig bleibt, darf man nur einen so einen Block rausstreichen. Das habe ich da an einem Beispiel aufgeführt. Das ist eine Adresse, die hat also hier einen Nullblock und da sind zwei Nullblöcke und da hinten einen Nullblock. Wenn ich da jetzt beide rausschmeiße, dann sieht jemand, der die Adresse expandieren will, nur, da fehlen eigentlich drei Blöcke, die kann ich mit Nullen auffüllen, aber ich habe zwei Positionen, wo ich füllen kann und damit, in Kombinatorik bin ich jetzt um die Tageszeit nicht mehr so firm, damit ergeben sich so mindestens zwei Möglichkeiten, wie ich die Adresse zusammenbauen kann und das sind dann halt einfach zwei widersprüchliche Adressen. Das heißt, üblicherweise nimmt man dann den längeren zusammenhängenden Block an Nullen raus und schreibt es so auf. Das ganze Thema ist aber immer nur dann relevant, wenn man die IPv6-Adressen in menschenlesbarer Form schreiben möchte und wenn man sie irgendwie händisch einklopft oder jemandem vorliest oder sonst was tut. Meine Empfehlung ist, das macht man nicht. Man kümmert sich um das DNS. Ja, was man da an der vorigen Adresse schon gesehen hat, es ist ähnlich, wenn man das von IPv4 und CIDR oder CIDR oder Classless Interdomain Routing kennt, diese Slash-Notation hier mit der Präfixlänge gibt es natürlich in IPv6 auch. Also auch eine IPv6-Adresse enthält einen Netzwerkteil und einen Hostteil. Das wäre jetzt an diesem Beispiel, das grün geschriebene ist das Präfix, also der Netzwerkteil, in dem Fall hier erkenntlich 64 Bit lang, also die Hälfte der Adresse und der schwarze Teil ist dann der Host-Identifier. Andere Variante wäre diese Adresse, die hat eine 48-Bit-Netzmaske und entsprechend ein paar Hosts mehr in diesem Subnetz. Ja, je kleiner das Präfix, desto größer das Netz. Das gilt genauso wie in IPv4. Gibt es irgendjemanden, der sich mit den Begriffen Routing-Netze im IPv4-Bereich unsicher ist? Oder kann ich diese Dinge einfach voraussetzen, dass man so Präfixlängen und was der Sinn von einem Präfix ist? Ja, okay, ich setze es jetzt einfach voraus, ganz diktatorisch. Und wie gesagt, also wenn es Fragen gibt, einfach Fragen. Ich bin nicht ungehalten oder böse deswegen. Ja, was wird jetzt vergeben in der Praxis? End-User bekommen typischerweise slash 64-Netze. Das heißt, ich kriege zu Hause für mein privates Netz das Internet mal das Internet als Adressraum zur Verfügung. Damit sollte man als Privatperson auskommen. Und davon gibt es nochmal das Internet mal das Internet-Netze. Weil ich habe also 64-Bit-Netzkennungen und in jedem Netz 64-Bit-Hosts. Also auch für unser Smart-Home-System mit Sensoren müsste das eigentlich theoretisch reichen, wenn man jetzt jeden Winkel, jedes Raums ausfüllt. So große Häuser haben wir nicht. Das ist also die kleinste, sinnvoll zuzuteilende Netzgröße. Der Ralf kann ein Lied davon singen. Was passiert, wenn man versucht, kleinere Netze zu zerteilen? Wenn man stateless Auto-Configuration verwenden will, das ist das kleinste. Mit DHCP geht es theoretisch noch kleiner. Also DHCP Version 6. Aber der derzeit existierende DHCP Klein, ISC, ist Buggy und gibt immer einen slash 64. Man kann es aber fixen, weil man muss nur das Skript fixen, was aufgerufen wird. Und dort ist 64 nicht setzen, weil eigentlich soll das ja über Router-Advertisement DHCP mit ICMP Version 6 gesetzt werden, das Präfix. Und dann geht es. Also got it working, aber... Ja, also die Empfehlung an sich war oder ist, glaube ich, nach wie vor noch gültig. The way to go ist 64-Bit-Subnetze, also 64-Bit-Subnetze als kleinste eine zu machen. Dann funktionieren nämlich eben so schicke Dinge wie stateless Auto-Configuration, auf die ich dann gleich zurückkommen werde. Ja, kleinere Netze sind möglich, aber eigentlich mehr in Sonderfällen nötig. Dann sollten an sich Provider an ihre Kunden slash 56 Netze vergeben, damit dann der Kunde 256 Netze mit jeweils 64-Bit-Subnetzmaske da drinnen aufbauen kann. So die Empfehlungen. Spannend ist jetzt natürlich noch die Adresstypen, weil wir kennen im IPv4-Bereich die global-routbaren Adressen, dann kennen wir die Lupec-Adresse und wir kennen die RFC 1918-Adressen, also die 192.168, das 192.188-Subnetz, den 10er-Adressblock und den 172.31 oder wo geht der los? Ja, da gibt es noch so einen Block. Habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Nö, egal. So etwas Ähnliches gibt es in IPv6 auch und wieder, aber aus anderen Gründen. Es ist ja grundsätzlich so, dass uns die Adressen nicht ausgehen werden. Famous last words. Ich werde es wahrscheinlich in meiner Lebensspanne nicht mehr erleben, in diesem Fall. Und daher ist es eigentlich nicht notwendig, jetzt irgendwelche privat verwalteten Adressteile zu generieren. Es gibt aber doch ein paar interessante Situationen. Und daher gibt es Präfixe, die vordefiniert sind aus dem Protokoll und die nicht für irgendwelche anderen Dinge vermurkst werden sollten. Alle Adressen, die mit FE8.0 beginnen, sind sogenannte Link-Local-Adressen. Die gelten nur in der Broadcast-Domain. Das heißt, die werden verwendet für alles, was irgendwie am lokalen Segment an Traffic läuft, was so ARP- oder eben DHCP-artige Dinge sind und werden im Internet nicht geroutet. Jeder Netzwerk-Stack, jeder Protokoll-Stack, der eine Netzwerkkarte initialisiert, baut für die mal eine FE8.0-Adresse auf und befüllt die hinteren 64-Bit in der Regel, das kommt dann eh noch mit einem Teil oder mit einer etwas erweiterten Form der eigenen MAC-Adresse im Fall von Ethernet-Interfaces. Dann gibt es, oh ja, die heißen jetzt anders, nö, die heißen jetzt so, genau. Dann gibt es etwas, was im Frühjahr hieß es Site-Local, das sind diese RFC-1918-Adressen etwa. Die heißen jetzt Unique-Local-IPv6-Unique-Cast, ein wunderschön kurzer, griffiger Begriff. Adressen, die fangen mit FD00 an. Das ist ein Segment, das kann man sich selbst definieren, wird auch nicht geroutet im großen Maßstab, also alle dynamischen Routing-Protokolle ignorieren diese Adressen, außer man konfiguriert sie dort explizit hinein. Und das dient dazu, dass man eben, wenn man mehrere Standorte hat, dass man dort eindeutige Netze definieren kann, die, wenn man es ja dann über VPN-Tunnel zum Beispiel zusammenschließt, sich nicht überschneiden. Das ist das, was jetzt eben jeder, der mal irgendwo in irgendeiner Form zwischen verschiedenen Firmen oder Dienstleistern oder so VPN-Tunnels administrieren musste in der IPv4-Welt, ist mindestens einmal in die Situation gekommen, dass man zwei Netze mit 192 und 168.00 verbinden musste. Das ist blöd und das kann man damit abfangen. Wie ist dieses aufgebaut? Ich habe da vorne die Kennung, dass das jetzt eine Unique-Local-IP4-6-Adresse ist. Dahinter kommt eine 40-Bit-Random-ID, dann sind noch 16-Bit für die Subnetz-ID und 64-Bit für den Host drinnen. Das kann man sich jetzt überschlagsmäßig ausrechnen, dass das für die meisten Fälle ziemlich gut ausreichen wird. Spannender sind jetzt natürlich diese Adressen, das sind die Global-Unique-Cast-Adressen. Also das ganze 200.00-3-Segment ist für global rootbare und eindeutige Adressen reserviert. Die werden verteilt wie eben die Klasse A-B-C-Netze in der V4-Welt. Ein paar spezielle reservierte Blöcke gibt es da bereits. Es gibt viel mehrere, aber die prominentesten sind zum Beispiel die Teredo-Adressen, die für V6 in V4-Tunnel-Broker reserviert sind. Das ist auch ein ganz wichtiges Segment, Segment 2001-DB8 ist das Segment für die Dokumentationsadressen, sprich jeder, der irgendwie Dokumente über IPv6, der Beispielkonfigurationen irgendwo aufschreibt, der irgendwelche Präsentationen hält, sollte dort tunlichst Adressen aus diesem Segment verwenden, weil wenn das irgendjemand dann einmal abschreibt und sein privates Netz mit diesen Adressen konfiguriert, weiß spätestens der Router vom ISP, okay, das kannst du schmeißen, das brauche ich nicht hinausrouten, da hat irgendjemand nicht fertig gelesen. Und das Segment 6-to-4 ist reserviert für eine der vielen Übergangstechnologien von V4 und V6, ist für uns jetzt aber auch nicht wichtig, weil da geht es wieder um globales Routing, das hat im Smart Home-Bereich jetzt weniger Bedeutung. Interessanter sind dann wieder diese Multicast-Adressen, es gibt Multicast-Klassen, die ich da nochmal auf einem anderen Slide zusammengefasst habe. Genau, weil ich schon gesagt habe, es passiert, das ist von der Reihenfolge irgendwie kaputt, weil ich eigentlich vorher wahrscheinlich über Stateless Auto Configuration sprechen sollte. In einem Subnetz gibt es ein paar Multicast-Gruppen, wo sind denn die jetzt? Die erste nach Scope, ne? Ja, nach Scope, aber die gibt es ja nach Funktion auch, die All, so, da sind sie. Es gibt also eine Multicast-Gruppe All Nodes, da sind automatisch alle Knoten drinnen. Dann gibt es eine eigene Multicast-Gruppe All Routers, da sind nur Router drin. Es gibt dann eine für Printer, glaube ich auch vordefiniert, es gibt ein paar von denen nach Verwendungsgruppe, nach Typ. Und dann gibt es die ganze Geschichte eben noch einmal nach dem Scope. Und zwar, das ist aber irgendwo intelligent zusammengebaut. Ah ja, genau, wenn ich diese zwei Tabellen, wenn ich die zwei Tabellen kombiniere, dann kriege ich das zusammen. Also, das letzte Nibble hier entscheidet nach dem Scope, also Link-Local, naja, selbes Interface, so, selbes Link-Local, Site-Local, also jetzt Global, Unique, IPv6, Unicast. Und die Global-Unicast-Adressen, also die wirklich international oder global Routbaren. Und innerhalb dieser Gruppen entscheide ich dann noch einmal hinten, mit wem ich jetzt sprechen will. Also, wenn ich mit allen Knoten im gesamten IPv6-Internet sprechen will, wenn ich es wirklich will, dann spreche ich FF0E-Doppelpunkt-Doppelpunkt-1 an und kriege von Zillionen von Hosts Antworten. Oder hoffentlich eben nicht, weil das irgendwie alle Router dazwischen stanzen werden, weil das Unsinn ist. Aber zum Beispiel jetzt auf meiner Seite, wenn ich alle Router auf meiner Seite ansprechen möchte, wenn ich zum Beispiel die nach ihren, weiß ich jetzt nicht, aktuellen Traffic-Daten abfragen möchte oder sonst irgendwelche Dinge anstellen möchte, dann würde ich das ja ansprechen bei FF05-Doppelpunkt-Doppelpunkt-2. Dann kriege ich alle Router auf der lokalen Seite. IPv4 und IPv6 lasse ich jetzt elegant weg. So, was ich schon gesagt habe, genau, wie tippt man das Zeug jetzt ein? Im Idealfall also überhaupt nicht, wenn man das in DNS pflegt. Das ist hilfreich. Ansonsten, wenn das nicht geht, weil man zum Beispiel eben erst mit seinen Smart Home Devices anfängt, herumzuexperimentieren oder weil man keinen eigenen DNS-Server betreiben kann, will, darf, soll, dann muss man sich gelegentlich eben doch irgendwie eintipseln. Wenn ich die jetzt zum Beispiel im Browser eintipsel, dann ist der natürlich durch diese Doppelpunkte hier verwirrt, weil die Doppelpunkte waren an sich vielleicht eine schicke optische, grafische Idee vom Konsortium. Um jetzt die V6-Adressen von den V4-Adressen im ersten Blick zu trennen, blöd ist halt, dass der Doppelpunkt in einem URI die Adresse vom Port trennt und das würde eben einen Browser oder auch diverse andere Clients extrem verwirren. Deswegen setzt man die V6-Adresse in eckige Klammern und dann kommt mit Doppelpunkt hinten der Port, falls man den braucht. Vorsicht, manche Shells reagieren auf diese eckigen Klammern irgendwie anders, als man sich das im ersten Moment erwartet und auch sonst bei der Programmierung muss man halt immer wieder mal aufpassen. Hochkomma, Backslashes, was auch immer. Je nach Programmiersprache. Das zweite Fettnäpfchen, an das man treten kann, ist, dass man so aus einer Bequemlichkeit, wie man das früher immer gemacht hat, versucht, irgendwie jetzt mit Regular Expressions IPv6-Adressen zu parsen. Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Perl-Regular Expression, die IPv6-Adressen passt. Ich will sie nicht sehen. Ich glaube nicht, dass sie auf den Slide passt. Die für V4-Adressen korrekt ist. Die ist es nämlich nicht. Die greift so gut zu kurz, ja. Die ist auch schon so, wie deine Folie ungefähr jetzt voll ist. Also auch nicht lustig. Ja, ja, genau. Ja, also das ist ja auch so eine Hemdsärmelich. Schnell mal hingeschrieben. Also, works for me. In den meisten Fällen wird das für V4-Adressen passen. CIDA ist da zum Beispiel nicht berücksichtigt. Also die Refix-Länge würde ich da gar nicht rauslesen können und so weiter. Also was bisher schon eine schlechte Idee war, ist bei IPv6-Adressen eine ganz, ganz schlechte Idee. Nämlich warum? Weil wir diese herausgelassenen Blöcke zum Teil haben, weil wir die fehlenden führenden Nullen zum Teil haben. Und dann fallen mir jetzt keine guten Gründe mehr ein. Aber allein das stellt schon einmal einige Herausforderungen an so einen Ansatz. Die gute Nachricht ist, in Perl zum Beispiel gibt es ein eigenes Modul, das heißt NetAdlerIP. Das hat eine Methode Version, dem schmeiße ich eine IP-Adresse hinein in ASCII-Notation und das sagt mir dann 4 für eine V4-Adresse, das sagt mir 6 für eine V6-Adresse oder Undev, für das ist gibberisch. Und sowas gibt es natürlich in anderen Programmiersprachen auch. Also überall, wo es Tools gibt, um mit IP-Adressen umzugehen, gibt es auch in seine Klasse oder Methode oder Prozedur, wie auch immer, die das übernimmt. Also mein Tipp hier, bitte sich auf Standard-Bibliotheken und deren Funktionen zu verlassen, Doku lesen und das nicht versuchen, selber nachzukodieren. So, den Header will ich jetzt nur kurz streifen. Ja, weil wir ja im Smart-Sara-Umfeld, im Smart-Home-Bereich uns mit diesem Co-op-Funkprotokoll beschäftigen, wo wir sehr kleine Frames haben und sehr viel Energie sparen wollen. Da ist es ja schräg, dass wir eigentlich mit diesen riesen Adressen operieren. Noch dazu hat ein kompletter IPv6-Header eine fixe Länge von 40 Byte. IPv4 kann 20 bis 60 Byte haben. Warum ist das so? Man hat einmal Felder rausgeschmissen, das ist die gute Nachricht, aber manche Felder sind halt ein bisschen größer. Zum Beispiel Sourcen die Destination-Adress. Die sind halt jetzt 16 Byte statt 4. Ja, im Detail kann man das dann, glaube ich, der Dokumentation entnehmen. Extension-Header ist jetzt auch, glaube ich, wurscht. In unserem Fall, ja, das ist alles. Da geht es um Routing, da geht es um Quality-of-Service-Geschichten, die spielen im Smart-Home-Umfeld keine Rolle. Vielleicht interessant ist, was natürlich sehr spannend ist an IPv6, ist das IPsec, ein integraler Bestandteil des Protokolls ist, also was in verschiedensten Variationen in IPv4 zurückportiert worden ist. Ich kann mich noch lebhaft an die Freeze-One, Open-Swan-Implementierungsdebatten erinnern. Das ist jetzt fixer Bestandteil des Protokolls. Und daher gibt es natürlich einen Authentication-Header und einen ESP, also Encryption-Security-Payload-Header. Ich kann also auf IPv6-Adresse nativ authentifizieren und verschlüsseln. Nicht authentifizieren, sondern, na doch, authentifizieren. Gut, jetzt kommen wir der Sache schon näher, jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil wir haben es ja mit zwei, also wenn wir jetzt vom Smart-Sara-Universum ausgehen, vom Smart-Home-System, das wir halt versuchen zu skizzieren, haben wir zumindest natürlich zwei IPv6-Netze. Nämlich, wir haben einerseits dieses Co-op-Netz, in dem unsere Funk-Knoten drinnen operieren und dann hinter dem Edge-Router oder USB-Stick, je nachdem wie auch immer man sich mit dieser Co-op-Wolke verbindet, wahrscheinlich, damit man sinnvoll damit arbeiten kann, zumindest im LAN auch nochmal ein IPv6-Netz. Und das Co-op-Netz, das konfiguriert sich selber. Da kümmert sich das Co-op-Protokoll drum, da kümmern sich die Knoten, die Firmware drum. Das macht uns das ContikiOS, wenn wir unsere Standard-Firmware da jetzt verwenden. Wie das allerdings bei uns im LAN passiert, da müssen wir uns irgendwie auch drum kümmern. Der Standard-Edge-Router, den wir als Image im Projekt drinnen haben, der bringt einen Routing-Advertisement-Demand mit, der dafür sorgen kann, dass die Stationen am LAN die richtigen Adressen kriegen. Und wie funktioniert das jetzt? Das funktioniert nicht über schwarze Magie oder sonstige Dinge, sondern das funktioniert über ICMP. Und zwar ICMPv6. Das kümmert sich nämlich darum, dass wir eine Auto-Configuration von Devices haben, dass wir Neighbor-Discovery haben und ja, das sind die wesentlichen Punkte. Und ich glaube, dazu gibt es noch weitere Folien. Genau, Neighbor-Discovery. Der erste Punkt ist, wenn in dem Moment, wo man einen Netzwerk-Stack der IPv6 aktiviert hat, an ein Netzwerk-Segment dran bringt, ist auf diesem Segment IPv6-Traffic unterwegs. Das kann man nur unterbinden, indem man IPv6 einfach abdreht für das Interface. Was nämlich passiert ist, dass die Knoten sofort anfangen, sich so eine FE80, eine Link-Local-Adresse zu bauen und dann schreien sie mal in die Gegend hinaus, Hallo, wer ist denn da? Dann beginnt die Neighbor-Solicitation. Das heißt, der Client schickt ein Paket hinaus, sagt Hallo, ich hätte gern jetzt diese Link-Local-Adresse und außerdem wüsste ich gern, gibt es hier irgendwo Router und kann mir irgendjemand ein global routbares Präfix schicken. Das kennt man im Wesentlichen vom DHCP. Nur ist das in dem Fall kein separates Protokoll mehr, sondern das geht automatisch los, wenn man es nicht deaktiviert auf dem Interface. Das heißt, da schickt ein Neighbor-Advertisement raus, sagt Hallo, ich bin da, so wie beim ARP und die anderen Knoten antworten mal, ja, mich gibt es auch, mich gibt es auch, mich gibt es auch und eventuell antwortet ein Router und sagt, ja, ich bin hier der Obermods, das ist das lokale Präfix, das ist die Präfixlänge, das ist das Default-Gateway, wie halt im DHCP das auch so passiert. Dann gibt es, ja, das ist dieses Router-Solicitation und Router-Advertisement und dafür gibt es den RA-DVD, den Router-Advertisement-Themen, der auf unserem Edge-Router zum Beispiel eben standardmäßig drauf ist und konfiguriert werden will und dann auch entsprechend läuft. Dann kümmert sich das Protokoll um Duplicate-Adverse-Detection, damit man nicht, weil ja die Netzwerk-Interfaces sich die Adressen selbst konfigurieren, selbst bauen, könnte es ja passieren, dass man irgendwie Duplikate erreicht, das wird damit ausgeschlossen und ja, wenn man dann das Ganze in einem sicherheitskritischen Umfeld betreibt, dann wäre Secure-Neighbor-Discovery interessant, damit man nur Router-Advertisements von bekannten Routern zum Beispiel entgegen nimmt. Da kann man dann über kryptographische Methoden sicherstellen, dass man nur mit autorisierten Komponenten spricht. Ist aber jetzt einmal im ersten Anlauf nicht wirklich spannend. So, ja, Autoconfiguration funktioniert, habe ich schon gesagt. Node erzeugt sich in eine Link-Local-Adresse, schickt an die Multicast-Gruppe All Nodes ein Neighbor-Solicitation-Paket und kriegt dann eben entweder eine Antwort, die da heißt, ja, dich gibt es schon, nimm deine andere Adresse oder kriegt keine Antwort nach einem Timeout, nimmt sie sich dann. Dann gibt es ein Router-Solicitation-Paket eben an diese Link-Local-All-Routers-Adresse, die ich vorhin schon genannt habe, wo dann die Router im Prinzip damit antworten sollten, dass sie, bei mir leuchtet grün, wenn du akustische Punkte hast. Und die Netzwerkkonfiguration für das lokale Netz hier mitteilen sollten. Ja, und wenn das alles erfolgt ist, wenn das erfolgreich war, wenn es einen Router gibt, der sagt, ja, ich bin da, ich bin verantwortlich, das ist das Präfix, das ist die Netzwerklänge, die Präfixlänge, das sind die Router, dann tragt der Client diese Daten ein. Funktioniert im Wesentlichen wie DHCP, nur eben jetzt über ICMP. Das ist in dem Protokoll mit eingebaut. DHCP gibt es in IPv6 auch noch. Man kann einen DHCP-V6-Server betreiben. Wenn das im Detail interessiert, den verweise ich jetzt mal ganz ungefragt an den Ralf, der hat sich damit schon beschäftigt. Ich persönlich noch nicht. Ich kenne das nur aus Büchern. Ja, MTU muss man sich jetzt, glaube ich, nicht damit befassen. MTU wird jetzt, findet beim Verbindungsaufbau schon statt, MTU Discovery, und das wird dann vernünftig verwendet. Ja, über DNS habe ich schon was gesagt. Genau, das sollte man vielleicht da besprechen. Es gibt einen neuen Rekord. Für den A-Rekord hat man einfach drei As weitergeschrieben. Sehr kreativ. Die Adressen sind viermal so lang, also da ist der Rekordtyp viermal so lang. Da wird also der Adresse ein eindeutiger Hostname zugewiesen. Und umgekehrt, mit PTR-Rekords geht es wieder analog. Die A-Rekords kann man über IPv4 auch abrufen. Der Bind kann die SZ-Tavision 8.4 ausliefern. Die Version 8.4 weiß ich gar nicht mehr, wie alt ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich an den Bind 9 umgestellt habe. Das ist sehr lange her. Also aktuell ist Bind 9.2 oder irgend sowas oder noch mehr, oder 9.4, weiß ich gar nicht mehr. Ja, also das funktioniert schon sehr lange. Und wenn man zum Beispiel mit dem Tool DIG, also D-I-G-DIG abfragt, was ja früher, wie hieß das früher? NS-Lookup. NS-Lookup, danke, genau. Das ist auch schon relativ lang deprecated. 9.9 ist aktuell. 9.9? Ja. Wow, danke. Ja, wenn man mit DIG, also nach Adressen sucht, dann gibt man beim Adresstyp halt A an, dann kriegt man nur die V4-Adresse oder man gibt das Quad A an, dann kriegt man nur die V6-Adresse. Die PTR-Rekords schauen jetzt so aus. Die schauen nämlich genauso aus, wie die V4-Rekords. Die sind von hinten nach vorne genibbelt. Also das wäre die V6-Adresse, 2001, 05, C0 und so weiter. Ist keiner aus dem Dokumentationssegment, schwerer Fehler des Autors von dem Foliensatz. Sowas baut man sich am besten nicht händisch, sondern automatisch. Ich habe das schon, also da ist die Vertipprate einfach etwas zu hoch. Die Chance. Ja, da stand da, dass es für 8 Rootserver Quad A-Rekords gibt, der ist hoffnungslos veraltet. Ich nehme an, dass mittlerweile alle Rootserver Quad A-Rekords haben. Vielleicht Strich darunter, was heißt das? Ich kann V6-Adressen sowohl über V4 als auch über V6 abfragen aus dem DNS und umgekehrt, weil die Adressen da drinnen sind ja nur die Payload im Antwortpaket. Was aber das in Frage stellt, ist die Frage, warum es eigentlich nur noch 13 Root-Name-Server geben sollte. Weil das war so ein Design-Kriterium bei V4. Ich kriege in ein Antwortpaket, ein UDP-Paket, 13 IPv4-Adressen hinein. Das heißt, wenn ich die Root-Zone nach den Root-Servern frage, dann kriege ich in einem Paket alle Root-Server. Das wird sich mit Quad A-Rekords nicht mehr rausgehen in einem Paket. Aber da weiß ich gar nicht, ob das noch als Design-Kriterium irgendwie redet. Inzwischen ist es verpflichtend, da gibt es einen eigenen RFC dazu, dass du DNS auch über TCP unterstützt. Ja. Und damit fällt diese Grenze der UDP-Pakete weg. Außerdem gibt es dieses Erweiternde des eDNS, was irgendwie 4096 Bit-Bit oder so kann, in einem Paket, also größere Pakete, die dann teilweise fragmentiert werden, was aber eigentlich aus meiner Sicht ein grauslicher Hack ist. Ja, aber früher wollten sie ja nur 512 haben, weil du ja bei IPv4 nicht die großen Pakete hast. Genau, das ist ein MTO-Problem. Das kannst du ja nicht vorausshandeln. Ja. Okay, aber das war ein Exkurs. Legacy-Protokolle brauchen wir auch nicht besprechen. Die alten kaputten Protokolle sind alt und kaputt und für die meisten hat man halt leider irgendwelche Hacks gebaut, dass sie doch noch funktionieren, sogar für Delnet. Quality of Service ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich das Kernthema. IPsec habe ich schon angerissen. Gibt es da irgendwas Interessantes dazu? Nö. Ja, oh ja, IPv4, IPv6, IPsec-Verbindungen kann man nicht bauen. Das geht deswegen nicht, weil ja im Header drinnen die jeweiligen anderen Adressen mit den anderen Längen stehen und das geht sie einfach nie nicht aus. Mobile IPv6 überspringe ich. Das ist ein lustiges Feature, aber das lässt man bleiben. IPv6 Security ist sicher ein spannendes Thema, weil ich habe global rootbare Adressen. Moment, ich habe, glaube ich, bis jetzt einfach Glück gehabt, weil theoretisch, genau, ich hätte das Ding jederzeit da lernen können. Ich habe global rootbare Adressen bis in jedes einzelne Device. Wenn wir jetzt für unser Smart Home System unser globales Präfix hernehmen, dann kann ich im Prinzip jeden Fenstersensor, jeden Türöffner, sonst was, den ich da habe, global erreichen. Das ist möglicherweise ein Vorteil, möglicherweise nicht. Das muss man sich halt einfach gut überlegen. Globale Adressen sind global erreichbar. Punkt, Ende. Heißt jetzt, die Firewall ist keine einzelne Box mehr. Warum nicht? Erstens habe ich kein NAT und zweitens habe ich möglicherweise, wenn ich das will, Endpoint-to-Endpoint-Verschlüsselung bei IPsec. Das heißt, mein Perimeter-Host ist nicht mehr das Ende des Tunnels und sieht nicht, welche payload da hinein und hinaus wandert. Er sieht nur noch verschlüsselte Pakete und wenn das alles gut aufgesetzt ist, dann hat er einfach keine Chance, da reinzuschauen und kann auf keiner Basis eine qualifizierte Entscheidung treffen, ob er das Paket jetzt durchlässt oder nicht. Außer, dass er sagt, ich lasse generell Pakete in dieses Subnetz nicht durch. Das muss man sich einfach gut überlegen und man muss eben eine, sich eine Security Policy wirklich ernsthaft überlegen und die auch bei normal, jetzt bei PCs, bis zum Client eigentlich durch runterkonfigurieren. Das fängt schon an, wenn man Firewall konfiguriert, IPv6 funktioniert nicht mehr ohne ICMPv6. Früher konnte man ziemlich viel ICMP in der Firewall blocken, das geht jetzt nicht mehr. Und es gibt einen eigenen RFC dazu, welche ICMP-Typen man in welcher Form in der Firewall blocken oder nicht blocken sollte und den sollte man sich tunlichst anschauen, wenn man das tut. Also in meiner Firewall sind es allein zehn Regeln nur für ICMPv6 oder so. Ja, und im Linux-Kernel ist es auch noch so, dass es ein IP-Tables und ein IPv6-Tables gibt. Das sind zwei verschiedene Filtertabellen. Das hat schon so seine Gründe wahrscheinlich, aber man muss halt einfach mal dran denken, dass man den kompletten Firewall-Satz, den Regelsatz duplizieren muss. Also für alle, die ihre Firewall-Regeln händisch schreiben, müssen sie es einfach zweimal schreiben. Wenn ich sie nicht händisch schreiben, ich kann Firewall-Bilder sehr empfehlen, es gibt ein Source-Tool, was auch verschiedene Backends kompilieren kann und da kann man insbesondere bei den Regelbasen anklicken, was das für V4 und V6 gilt und dann generiert er aus den Regeln beide. Und das ist, wenn man dann nicht IPv4-Adressen explizit in den Regeln drin hat, was man natürlich oft hat, dann muss man Postnamen nehmen oder irgendwas und denen beides verpassen, was geht, dann kann man sehr viel erschlagen bei der Migration auf V6. Die Namensauflösung vom FE-Bilder erfolgt dann beim Regel, beim Kompilieren der Regel. Du hast Typen und gibst denen einen Namen. Das passiert statisch in der Regel, nicht in der Regel. Das ist ein Exkurs, ja. Aber danke für den Hinweis, dass der FE-Bilder das kann. Hier bei TV6-Tables wird im Kern glaube ich jetzt ein NF-Tables oder irgend so heißt das. Genau, das ist der nächste Schritt. Das wollte ich gerade sagen. Das Projekt gibt es schon seit zwei oder drei Jahren. Ja, aber es ist jetzt irgendwas, glaube ich, schon gelandet im Kernel oder es ist kurz vor mir. Das ist die NF-Tables, das ist die neue Generation vom Netfilter. Soweit ich zurückblicken kann, das ist das vierte Mal, dass ich Firewall-Regeln umschreiben muss. Aber ist halt so und das NF-Tables kann dann eben beide Protokolle in einem Interface Ja, Endpoint-to-Endpoint-IPsec habe ich schon erwähnt, ist gut und schlecht gleichzeitig. Man muss sich halt einfach Gedanken darüber machen, was man da eigentlich wirklich tut. Privacy lasse ich jetzt außen vor, weil ja, die Link-Local-Global-Unicast-Adressen im Default, also wenn ich einen Linux-Kernel standardmäßig betreibe, dann kriegt jedes Interface, habe ich schon gesagt, kommt die MAC-Adresse in die Netzwerkadresse hinein und damit ist natürlich das Gerät trackbar. Also egal, in welches Subnütz ich mich jetzt bewege und wenn ich irgendwo im freien WLAN in keine Ahnung wo bin, dann ist der hinterste Teil meiner IP-Adresse trotzdem dasselbe und ich bin da natürlich verfolgbar, besser als durch jedes Cookie oder sonstige Dinge. Kann man aber auch abdrehen. Es gibt einen zufälligen Interface-Identifier oder wenn ich das in einem Firmennetz mache, dann verwende ich halt DHCP und nehme kurze List-Times und rotiere diese Teile hinten häufig. IPv4, v6-Transition ist uns jetzt vorläufig egal, außer dass wir eine Zeit lang noch leben werden damit, dass beide Protokolle am Netz unterwegs sind. das heißt Dual-Stack, das heißt, dass die Clients sowohl IPv4 als auch IPv6-Adressen haben und man dann damit irgendwie umgehen wird müssen. So, das wäre Tunnel-Droker, wurscht, Quellenliste, auch wurscht. Also nicht wurscht, aber ich schicke dann noch über die OSD-Liste einen Link aus, wo man diese Folien kriegt, beziehungsweise wer da bis nach unten schaut unter smekal.at gibt es irgendwo einen Link, versteckt ist er nicht, aber man findet dann den Foliensatz da auch irgendwo. Okay, so, jetzt habe ich gerade festgestellt, eigentlich Hands-on war da jetzt nicht wahnsinnig viel für unsere Situation dabei. Ich versuche das jetzt nochmal freihändig da zusammenzufassen, was heißt das jetzt für uns? Wenn ich jetzt also so ein Koop-Netzwerk aufbaue und mein Smart-Home-System mir definiere und bauen möchte, was brauche ich? Ich brauche zuerst einmal zwei Präfixe. Ich brauche eins für mein LAN und ich brauche eins für mein Funk-Netzwerk. Oder ich brauche für jede Funk-Wolke, die ich aufbaue, für jedes Koop-Netz brauche ich ein eigenes Präfix. Sonst wäre ich mich irgendwie nicht mehr zurechtfinden in dem Netz. Welches Präfix nehme ich jetzt? Gute Frage. Nicht so einfach zu beantworten, ich kann mir einerseits wo sind sie? Das Ding, was du gerade über die allozierten Netze als Link ist, ist zum Beispiel Funkfeuer eingetragen, by the way. Also Funkfeuer hat einen eigenen IP-Range auf dem Top-Level-Dings. Ah, ja, okay. Ja, ja, die spielen recht groß. Sie haben viel vor in dem Bereich. papapapam. Wo habe ich gerade gesagt, welche Präfixe es gibt? Das muss da hingegen nach von diesen Folien gelesen sein. Genau. Also entweder ich bastel mir sowas da, FT00, dann 40-bit Random-ID, 16-bit für meine Subnetze, da kann ich halt, was ich, eins fürs LAN, zwei fürs erste Koop-Netz, drei fürs zweite und so weiter oder irgendwas anderes bauen. Ich kann auch hernehmen dieses Dokumentationsnetzwerk, das da wieder, oh ja, da, könnte ich auch verwenden, solange ich das jetzt einmal im Testbetrieb habe. Ja, das wären einmal Ansätze. Der nächste Ansatz ist, ich frage meinen ISP. Bitte, lieber Provider, gib mir doch ein slash 56 Präfix her, das teile ich mir dann intern in meine Teile auf und los geht's. Es gibt schon Provider, die das können und machen. Es sollten eigentlich alle machen, schon längst und können und was ich vor Jahren aber probiert habe, ist mir direkt von der IANA ein Präfix zu holen, weil das so damals in der Literatur so beschrieben war, dass man sich also eigentlich jetzt diese Präfixe direkt von der IANA holen kann. Die hat mich dann an den Lehrer, also an den lokalen Registrar verwiesen, da bin ich dann im Endeffekt wieder, weil die gesagt hat, ja, kriegst schon ein Präfix, das kostet auch nichts, du musst aber ein aufrechtes Vertragsverhältnis mit der IANA haben und das kostet glaube ich mindestens 50 Dollar im Jahr oder so, dort Mitglied zu sein und das lohnt sich nicht, also ich soll zu meinem lokalen Registrar gehen und den Adressen fragen, das wäre also dann die Reib gewesen in unserem Fall, die hat dann gesagt, nö, geh zu deinem ISB und da bin ich zu meinem ISB gegangen und der hat gesagt, ja, ist kein Problem, da hast und fertig war es. Also es war eigentlich nur eine administrative Lauf. Ich habe meinen ISB rechtzeitig sorgfältig gewählt gesucht und es ist, ja, genau, ich habe kein Kabelmodem zu Hause. Ich weiß nicht, wie es aktuell jetzt mit den gängigen Providern ist, die, formal gibt es meinen ISB nicht mehr, der ist gekauft worden. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich den jetzt frage, nach einer V6-Adresse. Also bei UPC ist es so, dass alle neuen Anschlüsse in diesem Bezirkung gehen automatisch über 6, weil es keine Vieradresse mehr haben. Und man kriegt genattete Vierer um ein 6er-Prefix. Dann die, außerhalb von Wien in Niederösterreich, die, wie hat die Führung heißen damals? Die Kapsi? Die frühere Kapsi, die dann Andruskassen hat, die auch im UPC haben, die gekauft worden ist, die werden gerade alle umgestellt. Also ich kenne Leute, die in Niederösterreich wohnen, die sind alle umgestellt worden. Da kann der Techniker tauschen das UPC-Modem aus, also das Kabel-Modem dort, also die Telefonleitung zu teilen, wenn man geht. Und die haben jetzt dort überall IPV 6. Und das für Präfixlänge wahrscheinlich slash 64. Nein, 14. 56. 56, ja. Okay, also ab 56 ist es ja e-sportlich. Ja. Nur für mein Verständnis ist das, wie, 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 setzt sich das im Teil-Netzwerk dann vor? Das heißt, wenn ihr das richtig versteht, er kriegt von Provider zur IPV 6 Adresse und das Model Kastl sagt dahinter, kannst du mal weiter mit dem Führer weiter fahren? Ja, weil das Model, also das Kastl von UPC ist ja unter. Der hat eine 46 oder 42 oder so, ja. Also alle Router von denen hängen von innerhalb im Netz und dir bleibt da eine 56 übrig. Und von 56 bis 64 kannst du alle frei vergeben. Ich glaube, die Frage war, wie das mit einem V4-Netz dann ist. Genau. wie ist das? Das ist ein Gnade von Gnade von Gnade. Er hat zum Beispiel seine V4-Netz bei der Umstellung, die war weg, seine öffentliche, globale, und hat nur noch eine C in irgendwas bekommen und konnte seine Server nicht mehr reichen, da was können. Dann hat er angerufen, sie hat sich umgestellt worden. Was soll ich machen? in DNS war die Köln. Also er hinten hat es eigentlich nicht gemerkt, weil er alles mit V4-Netz im Weiteren wie er sein Netzwerk in der Ankunft gelesen hat. Naja, er hat schon gemerkt, er hat eine IPv6-Adresse in der öffentliche, weil sie runter konnte das automatisch, den er sich gekauft hat, privat und reingesteckt hat. In welchen Marken das ist, es hat einen Betrieb gehabt, der Router hat das sofort gemerkt und hat automatisch ein IPv6-Netzwerk aufgebaut. Das ist ziemlich peinlich, wenn man dann keine Firewall-Rules hat. IP-Face. Ja, die in gewisse Mindest-Sinner macht das ziemlich Probleme. Ja, die Linux ist, glaube ich, nicht so tragisch, es ist viele Wiener. Die gute Nachricht dabei ist aber schon die, wir haben 64-Bit im Subnetz. Selbst wenn ich das Subnetz weiß, auf das ich losgehen will, Nmap macht einfach keinen Spaß mehr. Es ist, auch wenn ich im 10-Gigabit-Netz mit voller Leistung rauspinge, brauche ich Monate, um das ganze Netz abzugreifen. Das ist irrelevant. Oder man muss abfinden, dass ein Firewall ist, das schützt dich ja nicht vor Angriffen. Das ist ja ihr Glaube. Da muss man nur ansetzen. Du kannst dich nicht schützen. Warum? Wenn es zu viele Dienste gibt, die du benutzen möchtest, die wieder so viele Löcher reinmachen, dass in ihr Gießkanne ist. Also man darf sich nicht darauf verlassen, wenn man einen Router kauft, dass das schutz darstellt. Auf der anderen Seite, wenn du Stateless Auto Configuration so wie jetzt vorgestellt benutzt, dann hast du eigentlich, wenn du weißt, das ist zum Beispiel ein Apple, den du erreichen willst, hast du nur drei Byte, die du in Mappen musst, wenn du das Präfix bei ist. Damit reduziert sich das Ganze natürlich schon. Also slash 64 im allgemeinen Fall ja nur die meisten Internet Karten haben halt nur sechs Byte MAC Adressen und davon sind drei Byte herstellerspezifische Angaben, die für jeden Hersteller gleich ist. Das heißt, zu scannen. Noch weniger weil innerhalb der Hersteller die Ranges Bütze sind. Das ist wohl richtig. Das ist jetzt wieder für die Windows Nutzer die bessere Nachricht, dass Windows nämlich bei der Stateless Auto Configuration zufällige Host Bits würfelt. Der Linux Stack macht es genau anders. Er nimmt die MAC Adresse und schmeißt in der Mitte das Stuffing Ding hin. Ist das random? Nein, das ist FFFE kommt da rein. Es kommen die ersten drei Byte, dann kommt FF, dann kommt FE und die nächsten drei Byte von der MAC Adresse. So wird das auf 64 Bit aufgepasst. Außer man hat schon eine neue 64 Bit lange MAC Adresse, dann kommt die komplett da rein. Die alten sind nur 48 Bit lang, die muss man in Mitte rein stuffen. Aber wir driften jetzt da ganz weit weg. Die Frage war eigentlich vorhin kurz, wie ist das, wenn mir mein ISP schon eine IPv6 Adresse hergibt und mich dann in ein lokales genattetes IPv4 Netz einsperrt, dann schaut das ähnlich aus wie hier. Dann stellen wir uns vor, das wäre das IPv6 Internet, das ist mein Kabelmodem oder DSL Router oder wie auch immer, der macht dann einfach da nach innen spielt der THCB Server, vergibt diese RFC 1918 Adressen an die IPv4 Clients und packt da alles in einen Tunnel und schickt das dann zum ISP und bricht dort über NAT ins IPv4 Internet aus. Heißt für uns jetzt für Smart Home Geschichten eigentlich wurscht, genauso als hätte ich nur eine V4 Anbindung. Umgekehrt, wenn mir mein Internet Service Provider bis hierher V6 bereitstellt und sogar herein eben ein Slash 56 Netz zulässt, dann habe ich schön, weil dann kann ich eben 256 Netze nach eigenem Gutdünken gestalten und mich da drin frei bewegen. Da empfiehlt sich dann ein gutes Buch zur Hand zu nehmen über Routing und ein weiteres gutes Buch über Firewalls und die mal von Cover zu Cover durchzulesen bevor man das alles macht, aber das führt uns zu weit. Wie schaut das jetzt in der Praxis in der Vergabe aus? Das kann ich auch noch mal kurz herzeigen. Was heißt denn das jetzt? Diese Show-Effekte da sind lästig. Angenommen, ich kriege jetzt von meinem ESB dieses Präfix zugewiesen und 2.0.1. 1.5. 1.5. Dann hört das da auf. Dann kann ich hierher gehen und sagen, okay, 0.0 ist mein LAN, 01 wäre jetzt zum Beispiel meine erste Funkknotenwolke und da hinten vergebe ich jetzt wieder die Adressen so, wie ich das haben möchte. Und 02 ist die nächste Funkknotenwolke und so weiter. Und diese Netze trage ich dann eben entsprechend auf den Routern ein und muss mich dann hausintern ums Routing selber kümmern. Das ist alles, was vom Internet dann hereinkommt. An Antwortpaketen kommt direkt aus dem Kabelmodem auf meinen ersten Router. Da muss ich mich darum kümmern, dass der sich auskennt, wo die Subnetze weiter zu routen sind. Vielleicht noch ein paar kleine Tipps. Wenn ich jetzt hergehe und mir wirklich selbst Subnetze baue und auch selber Hosts da drinnen eintrage, es ist natürlich schick, dass sich die Hosts eben über die MAC-Adresse diese dynamischen Adressen selber bauen, aber die sind einfach relativ schwierig zu merken. Was man durchaus machen kann, was allerdings an sich ein zweischneidiges Schwert ist, man kann sich nämlich da hinten diese 64 Bit natürlich auch selber gestalten. Ich kann meine Hosts von 1 zu zählen beginnen. 1. 2. 3. 4. 5. Oder ich kann auch, wir haben ja ASCII, wir haben Hexadezimale Zahlen, ich habe in dem Beispiel gar keine lustigen Adressen drin. Normalerweise kann ich mir den Spaß erlauben. Man kann zum Beispiel Kaffee da hineinschreiben, Cäsar, Anton, Friedrich, Emil. Wenn ich jetzt sage, das ist das Netzwerk in der Küche oder in einer Firma, in der Kantine, dann ist halt Kaffee mein Küchennetz und dann habe ich, was weiß ich, Beef für Dead Beef, Café, Babe, was gibt es noch alles, es gibt auch ein paar nicht jugendfreie Varianten, wenn man sich da ein bisschen kreativ mit diesem LeadSpeak System austobt. Also da kann man sich Adressen bauen, die man sich auch merken kann, wo man einfach sagt, ich kann einen Zusammenhang konstruieren und kann die Dinger aufschreiben. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel eben in diesem Dokumentationsnetz befinde, dann habe ich ja hier nahezu unendlich viele Möglichkeiten, mir da Segmente zu bauen, die ich mir eben auch merken kann. Jetzt haben wir gesagt, wir haben also Empfehlung eben, ich sollte mich darum kümmern, dass ich ein Slash-56-Netz zu Hause irgendwie kriege, damit ich das in Subnetze unterteilen kann, ich muss mich darum kümmern, dass meine Router voneinander wissen, das kann ich jetzt entweder machen, dass ich händisch eintrage oder wir haben auch in unserem Stack in dem Smart-Sara-System verwenden wir derzeit den Bird Routing-Demon, der RIP-NG spricht, das ist das RIP-Routing-Protokoll für IPv6. RIP an sich hat extrem viele Probleme, die in großen Netzen schlagend werden, aber für unsere kleinen Netze ist das egal und damit können sich die Knoten dynamisch die Routen dann eben austauschen, das läuft auch wunderbar, die Konfiguration ist relativ einfach und überschaubar und es läuft wunderbar auf diesen kleinen Devices, auf diesen Digi-Modulen oder vom Raspberry oder so, ist das überhaupt kein Problem. Und dann spare ich mir das eben meine Routen alle händisch zu konfigurieren. Und die nächste Empfehlung ist es auch den Knoten irgendwie sinnvoll sprechende Adressen zu geben oder aber sich relativ bald darum zu kümmern irgendwie das Ganze über DHCP abzubilden. Wie kann ich das machen über DHCP? Die haben eine fixe MAC-Adresse. Das heißt ich muss mir auf irgendeinen Rechner einen DHCP-Server installieren, der irgendwie versetzt kann. einen DHCP-Server brauche ich nicht. Ich brauche einen DNS. Einen V6 wegen DNS. Das kann ich jetzt mit einem Bind machen. Da macht das wenn man es das erste Mal macht relativ wenig Spaß. Da weiß man was eine steile Lernkurve ist. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Es gibt einen DNS-DHCP kombinierten Server, der heißt DNS-Mask. Der ist recht schick und praktisch. Den habe ich allerdings nur unter IPv4 benutzt. Und der funktioniert auch dort nur im Standard-Trivialen Heimnetz-Fall funktioniert. Was er nicht kann ist DHCP-Relay zum Beispiel und auch bei den erweiterten DHCP-Optionen hat er seine Bugs gehabt. Markus lächelt wissend, wir haben das in einer gemeinsamen grauen Vorzeit in einem Unternehmensnetz mit 17 Standorten eine Weile betrieben, bis wir dort an die Grenzen gestoßen sind. Aber im Heimbereich muss das funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob der DNS-Mask IPv6 kann. Kann IPv6 und hat riesige Vorteile, wenn du zu verschiedenen Peers interne Netze aufbaust, dann kannst du ihm sagen, für welche Domäne er welchen Nameserver upstream fragen soll. Und du kannst ihm auch sagen, für welche Number-Ranges er welchen Nameserver für den Reverse-Up-Look-Up fragen soll. Das ist sehr praktisch. Also ich habe Connections zu mehreren Kunden und kann und habe eine Namensauflösung, die across everything funktioniert mit DNS-Mask. Und das Ding redet auch so typischen Open-Wrt-Devices, also auch so geilen Routerli, die man sich mit eigenem Linux-Flash und damit kann man ziemlich viel nette Sachen machen. Der hat einen ziemlich schmalen Fußabdruck. DNS-Mask ist ein Smart-Sacher, das ist so hinzufügen irgendwie. Das können wir uns anschauen. Ja, ob man den am D-Modul noch unterbringend ist die Frage, aber am Raspberry geht das locker. Was auch schick ist am DNS-Mask ist, dass die Konfiguration in einem ASC-File ist. Da brauche ich keine spitzen Klammern und keine Semikolar hat er schon auch, glaube ich. Aber die Syntax ist wesentlich einfacher als die von Bind und ich muss Forward und Reverse nicht getrennt pflegen. Also sobald du das machst, was ich gerade gesagt habe, und mit verschiedenen DHCP-Optionen spielst, ist die Syntax sehr Gewöhnungsbedürfung. Ja, also bei DHCP-Optionen habe ich schon gesagt, wenn man DHCP wirklich ausreizt, stößt man mit dem DNS-Mask schon bald an seine Grenzen. Aber für jetzt den ... habe ich verdrängt, ich weiß es nicht mehr, aber es war eben diese Komplexität, die dann irgendwann nicht mehr zu handeln ist. Aber wie gesagt, nochmal, für das kleine Heimnetz mit Smart Home Devices ist das the way to go, weil es einfach, ich trage die MAC-Adresse und den Hostnamen einmal in dieser Tabelle, in diesem File ein und habe meine Forward- und meine Reverse-Zone erledigt. Ich brauche mich nicht um diese scheußlichen rückwärtsgenibbelten Pointer-Records kümmern, weil das macht ja alles selber. Ja, und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon alles Rüstzeug beisammen. Wir können unsere Knoten dann über den Browser, über das COPA-Plugin erreichen, wenn wir die IPv6-Adressen in eckige Klammern stellen oder weil wir ja unseren DNS-Mask konfiguriert haben, brauche ich sie nur noch ansprechen nach dem entsprechenden Namen. Ja, so, jetzt mich mit Fragen, Kommentaren zu bewerfen. Ich bin sehr dankbar übrigens für die Zwischenkommentare, die waren sehr hilfreich. dass jetzt auf einer der Folien, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, erwähnt, dass die minimale MTU-Size von IPv6, was weiß ich, wie groß ist. Ja. Und natürlich kriegt man das in Funknetz nicht unter in den Backerl, ja? Ja. 2280b rechts unten MTU-Size. Ja, genau, da. Das gilt, das gilt eben für IPv6 für Erwachsene, also für Standard Host, das ist Standard Protokoll über Routing global. Das gilt nicht für unsere Funknetze. Wir müssen uns aber darum auch nur beschränkt kümmern, weil wir mit unseren Funkknoten ja über das Coop-Protokoll sprechen. Wir sprechen mit ihnen ja kein natives IPv6. Wir adressieren sie zwar über IPv6-Adressen, aber was passiert jetzt an der Kante zwischen unserem echten, ernsthaften V6-Netz und dem Coop-Netz, der Edge-Router, zieht ja im Prinzip das Präfix ab und kontaktiert die Knoten nur noch über ihre MAC-Adressen. Du musst eigentlich SIX-Lopan sein. Und Coop ist doch der Nächste. SIX-Lopan, ja danke, genau. Coop ist Application-Layer, Transport-Layer ist SIX-Lopan. Ja, danke, danke, danke. Ja, schon wieder viel zu lang mich nicht mehr aktiv beschäftigt mit der Materie. Ja, also das SIX-Lopan, danke. Hilft mir da das SIX-Lopan, schmeißt einfach einmal die halbe Adresse sowieso weg, weil in der SIX-Lopan, die SIX-Lopan-Netze sind ja Stab-Netze, aus denen wird nicht mehr weitergeroutet. Das heißt, ich brauche dort das Präfix überhaupt nicht mehr, damit wird die Adressierung schon mal halb so groß und dann, jetzt kommt Coop ins Spiel, sprechen wir ja primär Coop als Applikationsprotokoll und das Coop ist sowieso so gebaut, dass es sehr klein und kompakt ist. Ich habe begonnen, eine Coop-Implementierung in reinen Perl zu schreiben und weiß daher, wie der Coop-Header, ich weiß es nicht mehr, wie der Coop-Header aufgebaut ist. Ich habe mich mit dem RFC beschäftigt, mit den Drafts, das ist fürchterlich. Also da werden wirklich die Bytes, also ein Header-Byte wird für 4, 5, 6 Felder verwendet. Die sind da einfach teilweise in Bits oder in 3-Bits drinnen und das ist entsetzlich, aber es macht halt die Pakete schön kompakt. Deswegen gilt das, was hier in den Folien steht, die MTU-Size von 1280 nicht für. Die machen den Trick, die machen eine Header-Compression und machen Fragmentierung. Das heißt, was der Götter sagt, stimmt alles. Wenn du ein kurzes Paket sprichst, passt es in den 8.2.2.5.4 Frame rein und die Sache ist erledigt. Wenn es aber jetzt nicht reinpasst, hat das zweite Bagger nicht wieder den ganzen Frame, nämlich den Header, mit Quelle, Ziel, sondern nur noch eine fortlaufende Nummer, wo die Empfänger dann erkennen, das kriegt Ihnen. Das nennt man Header-Compression mit Fragmentierung. Und durch diese Fragmentierung passen das zweite Packerl mehr Daten rein ins erste und so stoppen wir das wieder zusammen. Man sollte das natürlich schon vermeiden, wenn es geht, aber wenn man es in einem Pile-Transfer macht über 600 A und 4, dann wird das alles verwendet. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Firmware over the air sagen wir ab, der kommt man mit einem Paket nicht aus. Solange Pakete aufhören, wenn man sich zu Tampa senden, dann muss man sich bewusst in die ganze Stücke und jeder Stücke kostet Energie. Und dann kommt dazu, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass eins von den Stückeln halt nicht ankommt, größer ist und damit wird es wiederholt und so weiter. Aber man merkt sich eben, dass man meistens mit einem Paket guttommt. Und deswegen wurde eben vorbefunden, dass man mit einem Paket guttommt. Das ist so etwas mit dem Firmware, das heißt, die Geschwindigkeit rein und die Gartung. Ja, ja. Ja, ja. Also wir sind im... Das heißt, das Firmware hat jetzt auch mit der Batterie mehr und die Zeit. Wir haben Übertragungsraten im Kilobitbereich. Aber es hat natürlich nur eine Batterie. Es gibt ja auch Geräte, die in der Wandsteckdose sind. Und die Woche hat den Firmware halt nicht alles hoch. Hoffentlich, ja. Nein, das ist im Moment... Wir behalten es ja derzeit im Hinterkopf, dass wir das als Feature mal haben wollen. Im Moment gibt es das ja... Implementiert haben wir es ja noch nicht. Aber wollen wir dann mal machen. Interessanter wird es nicht in der großen Ausbringung, wenn man dann die virtuelle Maschine auf der Coop-Note laufen lässt. Weil man dann ja eventuell die Steuerlogik als eigene virtuelle Maschine hin und her schickt. Und das würde man dann schon... Das wäre dann eine Art nicht komplettes Firmware-Update over the air, aber ich würde doch eine größere... Die ganze Logik jetzt neu rüberschicken. Wenn das jetzt in Lua oder in dieser C-ähnlichen Sprache von Clifford dann... Wie auch immer das dann implementiert ist. Da bin ich jetzt im Detail nicht am Stand. Das würde man Firmware-Update im Moment eher machen, indem man jedes Gerät direkt an einen anderen Rechner ansteckt. Ja, solange die Knoten nicht auf dem Wippel von der 15 Meter hohen Fichte draufhängen und so, nehme ich den Knoten hängen an den FTDI und schreibe die Daten und flashe das einfach direkt rein. Ja, aber wenn ich dann einmal... Ja. Nein, ich suche die Knoten, dass ich auch desto komfortabler wird, dass ich von mir aus noch die Partie wechseln müsste, wenn es sein müsste. Aber... Ich meine, es sind die Leute, die verwenden manche in den Arduino-Budel oder da auch immer in der Arduino-Fortspring ist. Es gibt aber Leute, die schreiben Budel oder die Firmware über die Air beherrschen. Die haben auch mit Knoten funktioniert. Die haben ich noch nicht probiert. Die gibt es. Und es gibt auch jetzt schon neuere Chips, die Firmware über die Air auch mit einweißen Habe unterstützen. Die sind ganz neu und die auch Verschlüssel-Logika EFA-Zweihre-Slam unterstützen. Die haben aber nicht verwendet und haben noch nicht ausprobiert. Das ist die Situation der in der Sicherung und es ist denkbar, dass es in einem oder zwei Jahren dass es alles ist. Noch ein Punkt, den man da nicht vergessen darf. Wir sprechen im Moment von unseren kleinen experimentellen Netzen, aber der Standard soll ja auch in Campusgröße funktionieren. Und wenn ich jetzt irgendein Schulwart bin und ich habe ein Schulhaus mit 40 Klassen, dann habe ich da sicher 300 bis 500 Nodes oder mehr drinnen. Da habe ich die Heizungssteuerung, die Fenstersensoren, da habe ich Lichtaktoren, Steckdosen, Potenziell jede Glühbirne, eine eigene Knoten. Genau, potenziell jede Lampe. Und da möchte ich erstens nicht Batterien tauschen, rennen und zweitens möchte ich da nicht jeden Knoten rauszupfen, Firmware flashen und wieder einbauen, weil dann bin ich mit nichts anderem mehr beschäftigt, dass ich mich um das Netz zu kümmern. Selbst wenn ich Batterielaufzeiten von einem Jahr habe und selbst wenn ich Firmware ab jetzt noch alle drei Jahre mache ist es egal, das dauert immer ewig, egal wie man das ansetzt. Deswegen ist es schon perspektivisch wichtig, dass man auch über solche Dinge redet und dass man das im Hinterkopf verhält, dass das möglich sein muss. Wenn ich diesen Unterputzlichtaktor habe, wo ich also einfach hinten in der Lichtsteckdose drinnen mein Device habe, das mag ich ja nicht dauernd rausschrauben, dann muss ich entweder bin ich vorsichtig und mache den Stromkreis Platz, dann arbeite ich im Finstern und habe die Stirnlampe oder ich bin ein Held, dann habe ich entweder Angst oder wird geröstet oder beides. Es ist irgendwie unschieb. Das ist die Computer, weil das ist eigentlich gar nicht getrennt. Wobei beim Steckdosen aktuell ist es ja wurscht, wenn ich das Spannungsversorgung sein kann. Aber das Update, wenn ich das Fernweh-Update schreibe, wenn ich es nicht über die Air, also nicht über Coop mache, muss ich anstecken. Dann muss ich mit Kabeln zu Kabeln und dann habe ich Potenzialunterschiede. Ich sehe über die Air, aber da ist der Stromverbrauch. Der Stromverbrauch ist egal, ja, auf Schwerbung mäßig ist es so, bei Oberstomotex, also wir haben Wende, das ComputeOS-Betriebssystem. Und der Schwerpunkt bei ComputeOS und der ganzen Communities ist so, dass es heuer der Schwerpunkt ist, den IP-6-Tack der Dringung zu optimieren auf Kleinheit und Stabilität. Und der zweite ganz große Part ist DTLS, also Verschlüsselung einzelner Dienste. So wie HDDPS gibt es Core-S, das ich dann über TLS gemacht, und wenn es über Unity ist, nennt man es DTLS, das ist ja eben eine Abhabe des Protokolls TLS. Und der zweite große Part um den der sich gerade kümmert ist IPsec. es gibt schon Forks, wo das schon alles funktioniert und das wandert jetzt schön langsam auf und das Manko und DTLS mit dem Schwerpunkt an. Also wenn wer will, braucht man zu suchen Contiki IPsec und ich bin jetzt schon mit Forks, man kann sich das kompilieren oder Contiki DTLS oder Tiny DTLS der kann man sagen, kompiliere dich für Contiki das tut man den ganzen Source Code in den App Ordner rein und dann kann man das ganze kompilieren mit dem Internet Security so mal nur dass ich gesprochen in der Praxis heißt, dann muss das fix sein es gibt jetzt aber schon gute Demos wo das auf Knopf tut und wir versuchen das reinzuzauen und dauglich zu machen da hast du nur mein kleines Grundbefeil und da schreibst rein dann fasst den Schlüssel DTLS oder IPsec und dann hast du eine Grundbedatei wie man gewohnt ist auf dem PC welches IPsec fahrst du mit Brieche Rekies mit Zertifikat mit E-K-E-V2 oder nicht und dann gibt es noch die Möglichkeit über Access Kontrolllist zu fahren ja P-Core fahre mit Brieche Rekies und Fernweh Rekies mit Zertifikaten das kann nicht der will ich wünschen man kommt immer mehr dem System näher wie das PC das ist schon Realität das funktioniert aber schon was noch nicht Realität ist dass es der 015 User in einer annehmbaren Zeit ganz komfortabend machen wir kennen uns ein bisschen aus bei dem Stichwort folgt bis zum Ende des Jahres soll das alles funktionieren also dass es mit das Kongs war eine Key Verwaltungs Software für Units wo man relativ komfortabel seine Key Verwaltung erzeugen kann man muss erinnern jeder Funknoten muss er den PC der Funknoten kann ich selber generieren und dann muss ich produzieren und dann vergeben und die sehr digitale aber muss ich auch installieren da sind wir bei einer weiteren haben wir haben einen vortrag und dann kann ich, da drauf ist eine Java-Maschine, eine wiedere Maschine, da kann ich meine Apps reinspielen, das ist das Standard. Also ich kann dann über den Market bei Google Apps runterladen oder mir welche selber schreiben oder zum Laufen bringen. Und so ähnlich kann man sich das im Funkneten vorstellen, du kannst in einer zehentliche Sprache oder den Python deine Programme schreiben, die in einer Umgebung laufen, da drin, und auch Zugriff auf Sensoren, Aktoren und die Co-op pur ist. Und die kannst du jetzt beliebig vergnügen. Und dieses Vergnüpfungsprogramm, das du da drin schreibst, ist so wie eine App am Handy, das heißt, das kannst du dann an die Knoten runterladen. Zum Beispiel, du hast dann einen Lichtaktor, und wenn du die App runterschallt, runterladest, ist kein Lichtaktor mehr, sondern ein Rollladenstand. Das reicht nicht. Oder du schreibst einfach was Eigenes. Wenn du den Klima hast und sagst, ja, die Temperatur sinkt unter drei Grad, dann soll er automatisch mit dem Frostschutz der Pulmen einschalten und sendet das an der Dirig zu dem Modul. Du brauchst keine Aufstellung, sondern ein Team sind, dass es centralistisch macht, und du kannst logisch in die einzelnen Knoten selber einspielen. Das ist auch ein Thema, das für eine Größe wird es da geben, immer ein Größe, und dann kann man sie ein, wie viele Apps nimmt, und so ein Sensor auf. Das hängt vom Mikrocontroller ab, wie viel Flash da drauf hat. Wenn du so einfach ein Flash brauchst, ein durchschnittliches Logo, also ein Logo-Programm da drin, wenn du so einfache Dinge machst, wenn, dann macht das Schick über Tor und so, hat ungefähr 100 Byte, so, das ist 150 Byte, wenn es dann kompiliert ist. Wenn du sagst, okay, nimm mal 200 Byte, dann kriegst du schon fünf, sechs Programme da drin, was man mitbedenken muss, an jede Bildung der Maschine da drin, die Programme sehen sich dann gegenseitig auf mich, die sind knapp geschottet, allerdings verbraucht eine jede Bildung der Maschine da rein. Die braucht zwar extrem E-Gram, oder sie braucht rein. Also realistisch schätze ich fünf, sechs Programme da drin. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, mittelfristig wird natürlich auch die Größe von diesen Mikrocontrollern immer größer. Die sind ja jetzt an der unteren Grenze mit ein paar Kilobyte Flash, aber das ist natürlich auch was, was von Jahr zu Jahr mehr wird. Fürs Flash gibt es ja noch die Größe, die mit der SBI-Anbindung an Flash da draußen umzuhängen, oder kann es für die Aktion eher, aber eben das Rahmen ist ja da. Aber das Flash ist nicht, das Econ auch nicht, eher das Rennen. Es gibt auch einen Markfolger-Chick, der so ähnlich geht, der hat schon das Boppel getrennt. Da hat schon 32 KM, ich meine, jetzt schon welche mit 64 KM. Man sieht es eh auch am Arduino, was der die letzten Jahre an Entwicklung da mitgemacht hat, dass die Atmel-Mikrocontroller immer größer werden von dem, was sie leisten. Und am Anfang hat man, glaube ich, 8 KB Rem gehabt, oder sowas, und jetzt hast du 32 KM. Ich meine, was für uns auch ganz interessant ist, weil manche Leute fragen mich, naja, wie sich das gut setzt. Ich kaufe da jetzt fünf Steckdosen, und dann kaufe ich mal draußen jenes. Und er ist beim Vortrag und hörte, ja, das ist ganz toll, 6-Loban und Co-Up und IPv6, aber wie es kommt, ist wichtig, ja. Da sind ihm her einige Weichen bestellt worden. Und die Firma Arm, die wird wahrscheinlich niederkennen, mit jedem Handy ist sowas drin, in jedem Set-up-Box, das ist ein Hersteller, der zeugt eigentlich keine Chips, sondern Core-Designs, und verkauft dann die Chip-Hersteller. Die Chip-Hersteller kaufen das ein, die kriegen sie ihre Chips und produzieren sie haben von CPUs, die nennen sich Arm CPUs, die sind in jedem Raspberry drin, in jedem Handy drin, oder so. Und die haben, expandieren immer mehr und wollen ihre Märkte erweitern, und die haben jetzt die Firma Sensingot gekauft im Herbst, und das sind die sogenannten Vorreiter für 6-Loban und Co-Up, ja, die haben das alles schon fertig. Und Arm hat diese Firma aufgekauft und gesagt, okay, wir wollen dort Marktführer werden weltweit, und brauchen in den Weltleiten eigentlich den Standard, und deswegen setzen wir auf 6-Loban, RTL-Roll, also Routenprotokoll und Co-Up. Das ist zufällig genau unser Steck. Das ist genau das, was wir auch machen, ja. Und durch das Kontiki-Getriebssystem ist das völlig egal, welche CPU da einsetzen. Das rennt, also Coat rennt auf, also sagen wir so, Kontiki-OS rennt unter vielen Kontrollern, rennt auch unter Windows und Linux-Native, ja. Wenn ich sage Target-Native und das Kompil, der rennt sich auf Linux. Das rennt aber auch mit dem Prozessor, rennt aber auch am Arm. Und nach vielen anderen Prozessoren, das heißt, man kombiniert es für seinen Mikro-Controller und dann läuft es, ja. Und wichtig ist, dass die auch die Marktmacht haben, dafür zu sorgen, dass es so ist. Und sie wollen auch schauen, dass es für den Linux einfacher wird. Das heißt, auf der PC-Seite sagen sie, ja, es gibt Leute, die können Java programmieren. Also ich möchte das kein Problem erzeugen, ja. Man kann darüber streiten, wie Java gut oder schlecht ist. Es gibt aber ganz viele Leute, die das beherrschen. Also man hat Orakel gesagt, okay, wir bauen vor in die IDEs ein. Und Arnok hat, wir unterstützen euch dabei und haben das schon gemacht, ja. Also wenn es euch die neuesten IDEs herunterladen ist von Orakel, die können schon vorabreden auf der PC-Seite. Sie haben aber noch weitere Pläne. Es gibt Teams, die arbeiten jetzt daran, virtuelle Maschinen zu bauen, die Java reden auf Mikro-Controllern, auf kleinen Mikro-Controllern. Da gibt es aber wieder Experten, typisch Zweibel, dass man das hinbekommt, ja. Naja, es gibt schon Beispiele für das, warum es das gibt. Es gibt einen eigenen Java-Standard für Smart Cards. Java-Card ist zwar aus meiner Sicht, hat sich nicht durchgesetzt, weil es einfach leider die ganzen Smart Cards immer fix programmiert werden. Also so quasi als ROM und nicht, dass du dein eigenes Applet drauf spielen kannst. Aber es gibt das schon, ja, und das ist Proof of Concept, also... Ja, aber was bezweifelt wird, dass man diese Systeme hinkriegt mit einem Milli-Watt-Power-Betrieb oder 500-Mikro-Watt-Watt-Power-Betrieb? Von dem reden wir wieder, ja. Wenn du einen Lichtschalter betätigst, ist da drin eine Milli-Sprule mit kurzen Energieimpuls, und mit diesem Energieimpuls soll es einen abrennen, ja. Six-Lotan, RTL, Rekord und vielleicht noch eine Java-Meter-Maschine. Und das geklärt wird mir momentan schon, dass ich mit der jetzigen Technik nicht bin, ja. Ich glaube, es wird eine Maschine nicht einführen können, ja. Was allerdings schon geht, ist, so wie es die auch jetzt machen, mit Chord und der Färme da drin ist, das ist ein bisschen anders. Und die haben sich dazu bekannt und machen groß Werbung. Francisco hat ja schon vor vier Jahren eine Vorreiter gekauft für Chord, ein Chord-Mik für Six-Lotan, das war der Name nicht, kann man nachholen. Die haben damals einen Open-Source-Film gekauft und von denen stammen alle die Betriebssysteme ab, die Six-Lotan ist. Die Six-Lotan ist eine Firma von damals, vor fünf Jahren, und ist auch im Kompil getrennt worden. Und diese Firma wurde damals von Cisco gekauft, damals, und die haben die Rote schon im Labo. Die ist der erste Mal. Das ist der erste Mal. Das gibt kein Zeug. Das gibt kein Zeug. Man tut das noch länger. Jetzt höchst du. Dann geh vorne und gib ihm das Mikrofon. Nein, ich höre eh schon noch. Nein, das ist eigentlich relativ schlecht und es wäre gut, wenn schon dann, dass man ganz entscheidend kommt, nein. Nein, ist das Weg, jetzt geht's Ende. Nein, ich schreibe nicht. Nein, das Mikrofon brauchst du auch. Das geht. Und das nächste, was passiert ist, Google möchte wieder einsteigen und ich die Klimatik. Sie sehen, da ist das Mikrofon. Google möchte natürlich jetzt wieder mitmischen und hat jetzt eine Firma gekauft, die von einem EPL-Entwicklungsmann stammt, der ein Startup gegründet hat und in Amerika ist schon relativ verbreitet. Die erzeugen einen Thermostat und einen Heizungssteuerungsventil. Und diese Firma hat Google gekauft. Und alle großen Firmen versuchen momentan, sich mit Internet der Dinge vertraut zu machen. Und dadurch, dass ARM vorschlägt, diesen Weg zu gehen, werden es MINT oder alle anderen machen, weil ja von ARM auch alle Chips kommen. Die ersten Chips sind jetzt schon rausgekommen. Von Texas gibt es jetzt schon eine der ersten Chips, die nach dem neuen Designs funktionieren. Und die haben eben schon drinnen Hardware-Unterstützung für Update-Over-The-Air und Hardware-Unterstützung für schnelleres IKI-V2-Verfahren. Die arbeiten mit Größen von 256k, Flaschen 512 und RAMs von 64k. Die verbrauchen allerdings noch mehr als die ArtMails, die wir in den jetzigen Modulen verwenden. Aber ARM hat auch gesagt, sie wollen auch Strom sparender herausbringen. Also der Unterschied ist nicht so krass. Der ArtMail-Chip verbraucht im Betrieb 4mA die CPU und ungefähr 13mA der Funkteil. Und die ARM-Chips verbrauchen je nach CPU-Frequenz 2 bis 10mA die Strom sparenden. Und der Funkteil verbraucht dort aber komischerweise mehr. Die brauchen dort ungefähr 20mA. Und die Slip-Zyklen, die sind noch nicht so weit unten. Von den ARMs muss man rechnen, da ist man in der Höhe von 1 bis 3 µA im Deep-Sleep. Und bei den Chips, die wir momentan nehmen, sind wir bei 300nA. Das macht sich bemerkbar, wenn du eben Funknoten hast, die eine Woche schlafen sollen. Oder 6 Stunden schlafen sollen. Und mit einer Knopfzelle x Jahre auskommen sollen. Das geht mit der Anzahl noch nicht. Also es schaut insofern gut aus, dass sich Sixlopan-Corp durchsetzt. Und diese Änderungen und diese großen Commitments waren erst diesen Herbst. Ja, soviel einmal. Genug von mir. Also mich würde es ja interessieren, auf sowas als Zentraleinheit zu verwenden, die OS steuert. Das ist ein Wort, das Firefox OS laufen hat. Das Interessante ist, man müsste irgendwen finden, der für Firefox OS und dann für den Firefox Browser genauso koordinativ einbaut. Und mit einer Web-API einbaut. Mozilla wäre dafür offen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer anderen Managerin bei Mozilla. Wir haben ja keine Leute, die wir zahlen können dafür. Aber wir sind sehr offen, uns mit den Technologien zu beschäftigen. Ich glaube, diese offenen Schweiß zu unterstützen. Das Problem ist, man müsste sich ja damit beschäftigen, sowas zu implementieren. Ja, wir können uns ja dann zusammensetzen. Ich meine, wir sind ja ein Verein, der das fördern will. Wir können auch dann versuchen, Sponsoren zu finden, die das finanzieren. Oder Leute bei uns machen, die es interessiert. Ich kenne mich mit Firefox OS zu wenig aus. Was ich dazu nur sagen kann, Coop ist ein Protokoll von der IETF. Die Core-Gruppe kümmert sich darum. Und wenn man Wikipedia schaut und Coop eintippt, dann sieht man ja schon für die verschiedensten Programmiersprachen Umsetzungen, die immer mehr werden und die immer besser werden. Also wenn Sie sagen, das muss in JavaScript sein, es gibt JavaScript Coop-Bibliotheken. Wenn es heißt, es muss Python sein, es gibt Python Coop-Bibliotheken. Es gibt es in C. Es gibt es mittlerweile schon in fast jeder Programmiersprache. Da müsste man halt schauen, was dort üblich ist. Und halt versuchen, das zu implementieren. Ich nehme an, dass es einmal daheim rennt auf so einem Board. Den Aufwand sehe ich nicht so hoch. Ich glaube, es wird immer mehr werden, dass viele Sachen auf HTML und JavaScript implementiert werden, auch als Frontend. Und das heißt, es wäre sehr interessant, API zu haben, wo man mit, die danach standardisiert wird, hoffentlich über das World Wide Web-Konsertion, und da kann Mozilla wieder helfen, wo JavaScript-Applikationen mit Coop-Netzwerken reden können. Das geht sowieso. Also es gibt in JavaScript geschriebene Coop-Bibliotheken. Die Frage ist dann, wie werden die dann wirklich in dem Gerät oder mit dem Coop-Netzwerk? Der Browser, wenn du klickst. Ja, wie läuft das dahinter? Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt von verschiedenen Leuten auch HTTP, Coop Stateless Proxes. Das heißt, Coop ist nichts anderes, auch wie ein RESTful-Protokoll. Und RESTful-Services sind ja unter HTTP üblich. Die sind auch in Coop üblich. Und es gibt eben Stateless-Übersetzer, wo du halt eine HTTP-Anfrage stellst, mit GET oder POST oder PUT oder DELETE. Und die wird eins zu eins auf UDP umgesetzt und Coop. Für mich wäre es interessant, wenn das als Firefox OS-Gerät jetzt gleich auf welchem Board es läuft könnte. Ja, das müssen wir dann separat besprechen. Und vielleicht hast du die Fähigkeiten, ein bisschen darin herumzudrehen oder zu erklären, wie das bei Firefox OS funktioniert. Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Und dann halte ich es schon für möglich. Ich schaue jetzt bare nämlich kurz. Ich habe eine schöne Brücke. Die Lichtspiele, die der Markus da hier hat, die kommen von einer Coop-Applikation auf seinem Smartphone. Das spricht direkt von Android, hoffentlich ist es. über Core, über den Edge-Roder, den man hier nicht so gut sieht, und gesteuert. Also es geht sich Kabellänge mäßig. Also wer will, ich so einfach vor, kann man sich das anschauen, wie man das zusammensteckt. Und er hat glaube ich eine App dazu geschrieben, für das Handy. In was ist das geschrieben? Das ist im Python geschrieben. Und verwendet eine Python Coop, die es allerdings bis jetzt nur in der 08er Version gibt. Und das Schöne ist, das läuft am Desktop, am Handy, auf Android, auf Mac OS, und das spricht Native Coop mit dem Funknoten direkt. Das heißt, da ist kein Server dazwischen. Und ja, kann man da schön die RGB-Werte einstellen. Das heißt, deine App auf deinem Handy redet direkt Coop? Ja. Über Punkt-zu-Punkt-IP-Verbindungen mit den Funknoten, über den Router. Heißt das, das Handy kann selbst 6Lob anreden, oder redet das über WiFi und dann über einen Edge-Router? Das redet IPv6 mit dem Edge-Router, und der Edge-Router macht dann 6Lob-Adresse. Und die Applikationen unterhalten sich über das Coop-Protokoll? Also der hat die IPv6-Adresse von dem Native 6Lob-Adresse. Ja, das... Das ist auch wichtig, dass diese Netze ja geroutete Netze sind. Und man muss sich vorstellen, diese Funknoten reden wirkliches IPv6, ja? Du kannst es nicht unterscheiden. Also für den draußen kann man es nicht unterscheiden. Ja, für den draußen. Reden aber kein IPv4, nur 6. Klar. Wozu zwei Protokolle? Du kannst deine Farbe einstellen. Das ist auf einem weißen Kasten-Speichern. Da sind wir noch auf dem Top-Packen. Das ist so.